Musik Mal cheaten ist ja wirklich uncool So, aber dafür sind wir jetzt hier Und hier können wir natürlich jetzt auch Nochmal den anderen Helfer einsetzen Ich hoffe, dass ihr auch das Richtige seht Ich kann mal eben gucken hier auf meiner Karte Growing, hier kann ich mal kurz gucken Growing Fruit type Weed Und da muss ja jetzt braun kommen Ja, das sieht braun aus Sehr schön So, aber dann mach mal Dann kann ich hier aber ein bisschen handeln Mit dem ganzen Auskippen und Gedönse Und sehr einfach, dass das Geld reinkommt So Fangen wir wieder zurück Aber so ist das halt, ne? Bah Tja, hätte ich die Map jetzt mal online gestellt Dann hättet ihr mir helfen können Aber Da kommen wir bestimmt nochmal zu Ich glaube, da gibt es noch die ein oder andere Nase da draußen Unter euch Die sicherlich Bock hat An sowas teilzunehmen Beziehungsweise auch sowas mitzumachen Oder wie schaut es aus? Denke ich doch mal Also ich hab da noch so einiges geplant Freunde Also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen Und da freu ich mich auch schon drauf Ich freu mich wirklich schon drauf Und ebenso freu ich mich natürlich auch jetzt Den Landwirtschaftssimulator zu Let's Playen Weil ich Weil das Spiel mir einfach auch ein bisschen liegt Vielleicht merkt man es ja auch Weil ich auch wirklich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe Und auch relativ viel dazu weiß Kann auch immer aktuelle News dazu liefern Was ich natürlich nicht so bei Minecraft kann Beziehungsweise ich Wo will ich eigentlich hin? Sag mal Hey, du kannst doch sagen, dass ich da zum Feld muss Mensch, das musst du doch nicht für dich behalten Hättest doch mal eben schreien können Hier, Mensch, Bauer, du musst zum Feld Aber nee, lieber bleibst du ruhig Und sagst dir Ha, 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 ha Er macht doch voll Er fährt doch voll Falsch, ey Ja, ja Das werd ich mir merken, du Kollege Nee, aber Bei Minecraft ist das ja immer so eine Sache Das kommt ja immer ganz angeschlichen und so Und bei ETS Naja, da geht das so Aber Beim Landwirtschaftssimulator bin ich doch ein bisschen fitter Muss ich ganz ehrlich gestehen Aber die anderen Spiele, die schocken natürlich auch Die liegen mir natürlich auch Aber Landwirtschaftssimulator ist schon eine kleine Ehre für mich jetzt Dadurch, dass ich wirklich von Null auf dabei war Ich hab wirklich jedes Jede Version auch gekauft Jede Version durchgezockt Das kann ich gar nicht sagen, wie viele Spielstunden damals schon drauf gingen Als kleines Kind Und jetzt sowieso Was heißt jetzt sowieso Aber jetzt mach ich ja mehr oder weniger Spiel ich ja nur, wenn ich auch wirklich die Aufnahme dabei auch anhabe Ansonsten hab ich ja fast gar nicht mehr die Zeit dazu Privat irgendwie zu zocken Ach ja So Tank mal ab hier Wieso Jawohl Er ist fertig Er ist fettig So, vielleicht sollten wir auch ein bisschen mal wieder was wegfahren Das glaube ich mach ich jetzt mal Weil Nämlich I und I Und nochmal I Station Restaurant 2.359 2.300 Oh Mist Jetzt hab ich weggekickt So ein Ärger aber auch Warte mal Ich bin grad voll konzentriert Beides am machen Schon wieder vorbei Shit man So erstmal hier auskippen Dann haben wir das eingelagert So 2.382 Und dann drücken wir 9 Und 2.382 Wo waren Ja es ist das gleiche Station Warenhaus Wo ist denn die Station Dinner Station Dinner Station Restaurante 2.395 Station Restaurante Wo ist denn das Ich hab auch gerade gar nicht die Karte dabei Also jetzt hier irgendwo neben mir liegen oder so Steig mal eben aus Und lauf mal kurz ein bisschen Ich muss mal eben gucken Wo wir das so abladen können Sekunde Ich lauf hier einfach mal Richtung Abkippsymbol auf dem PDA Erstmal da hinten zu dem Grün Mal gucken Ja ist da die Molkerei Da hinten oder Ne Das ist doch nicht die Molkerei Was ist das denn hier Jet Set Farming The Rise of the Harvesters I V Running out of Tia Okay Ah hier wollte ich rein Kann man hier abkippen Hier Hier ist doch mal ein Abkipp Wo denn Ah ne hier Ne doch nicht Hä Hier ist doch das Symbol Muss man doch hier irgendwo abkippen können Stillgelegenes Gelände Okay Vielleicht auch nicht Vielleicht auch nicht hier Ah doch das muss hier sein Das ist doch hier unten irgendwo Hä Jetzt bin ich aber verwirrt Freunde Hier ist doch gar kein Bin ich blöd Hier ist doch gar kein Abkippdinges Jetzt bin ich aber gerade Hier unten ist auch nichts Okay Merkwürdig Ne das ist ja das andere Das muss hier sein Das muss dieses Ding sein Nur komisch Dass ich da nichts angezeigt kriege Naja egal Dann laufen wir halt mal Oh da hinten rüber Vielleicht ist es Ist das ja das Richtige Wonach wir eigentlich auch suchen So was haben wir hier Hier ist der Bahnhof Ne warte mal Hier ist eine Telefonzelle Können wir telefonieren R Helping Line The help contains a lot of hints And would assist you In becoming a successful farmer Ähm Ne Ich will eigentlich gar nicht Ähm Ne Also sagt dass ich Dass diese Hotline mir helfen kann Ein äh Ja ein guter Farmer zu werden Also ein guter Bauer Ich bin ja schon ein guter Bauer Also von daher brauche ich das ja gar nicht Aber Ich würde gerne Ganz gerne Ganz gerne Wissen Selling Ja ich möchte gerne wissen 8 Tipp 8 So ich muss dann auf Seite 8 hier wahrscheinlich Ne Das will ich alles gar nicht Das ist ja Ne Ich möchte ganz Ich würde aber gerne mal wissen Was das hier ist Ist das hier die Das Restaurant Das sieht so ein bisschen aus Aber es sieht eher so aus Das ist noch Bahnsteig mäßig was Das kann auch gar kein Restaurant sein Oh guck mal Ein Park Ist das toll Ja nice Kann man ja auch mal durch Durchheizen so Mit dem Traktor Besser nicht Sonst hassen sie mich alle So hier kann man auch noch irgendwo Was abkippen Hab ich gerade gesehen Da hinten So ich bin gerade mal ein bisschen schneller Wie die Autos Das ist aber auch ganz okay so So wo soll man hier abkippen können Hier ist doch gar nichts Ey die wollen Hä Oder doch da Da vielleicht Hier Also mit den Abskipp Symbolen Da müssen wir ja noch mal ein bisschen Gucken Ne Denn das kann ja natürlich Irgendwie noch nicht so ganz richtig Hinhauen hier Dann müssen wir noch mal Schlau machen Ein bisschen Ich muss vielleicht auch noch mal Die Karte irgendwie Holen Beziehungsweise Sekunde mal Ich kann ja mal eben gucken Ich hab die bestimmt Irgendwo hier Ich gucke mal gerade eben Sekunde Die hatte ich mir nämlich mal runtergeladen Aber ich weiß gar nicht mehr Ob ich die Ob ich die auch irgendwo hier noch habe Das ist die Sache Ähm Sieht gerade nicht so Direkt danach aus Ähm Ähm Sekunde Ähm Noch Ähm So Keine Ahnung Ich hab sie hier doch nicht Das ist blöd Ah hier ist irgendwas Hier kann man abkippen Ne Ist aber auch kein Restaurant Oder Ich muss mir wirklich Die Karte noch mal zulegen Freunde Und jetzt hab ich gerade meine Tonspur im Hintergrund Was auch gleichzeitig Mein Timer ist Hey Wake up Ja Oh hey Wake up Ähm So Ja Ich muss noch mal Ich muss da wirklich noch mal Die Die Karte zu mir nehmen Da muss ich mich einmal kurz entschuldigen Das muss ich wirklich noch mal Noch mal klären Ähm Ja Ich würde ganz Einfach Wirklich Da hinten mal hinfahren Wollen So Wir nehmen hier einfach mal ein bisschen Dings mit Und Ich gucke mal eben Ähm Station Restaurante Ja ich glaube Da fahre ich einfach mal hin Da hinten Das war ja da oben So zwischen Feld 6 Ich gucke da